Das läuft so ab. Jeder von euch sucht euch jetzt einen Partner oder eine Partnerin, nehmt die Standard-Tanzstellung ein und bei unserem Intro zeigt ihr mal zwei. Eine Standard-Tanzstellung. Genau, so wie die beiden da in der Mitte, das sieht schon sehr gut aus. Also wir haben schon drei Paare, vier Paare, fünf Paare. Perfekt. Sechs Paare. Also zehn ist bisher Rekord. Vielleicht schafft ihr das. Wir haben sechs. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt haben wir zehn. Sehr gut. Jetzt haben wir zehn. Wollt ihr den Rekord brechen? So. Ja, da ist es. Ja, der Rekord ist geschlagen. So, wunderbar. Jetzt spielen wir mal für euch und wir zeigen mal, wie schön ihr tanzen könnt. Das Lied heißt Deine Mutter. Das ist der letzte Song. Ja, sehr gut. Geil. Das sieht so geil aus, Leute. Das ist wirklich. Ja. Das ist einfach. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Let's go! 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 Let's go!